Da bin ich. Darf ich mal kurz reingrätschen? Du darfst auch mal kurz reingrätschen. Der Herr Schlauch diskutiert hier gerade schon heftig über die Piraten. Aha. Weil dir kam gerade die Frage aus dem Chat, welche Rolle werden die Piraten in Zukunft spielen und sie sagen? Wenn die anderen Parteien es klug anstellen, keine mehr. Und zwar deshalb, weil die Piraten müssen sich programmatisch erweitern. Da sehe ich erst mal nichts. Und die anderen Parteien müssen das Thema, das die Piraten hochgezogen haben, für sich selbst versuchen, besser zu vertreten als bisher. Ich wollte gerade sagen, Sie sagen das natürlich auch so, weil die Piraten auch eine große Konkurrenz für die Grünen sind, Ihre Partei. Natürlich. Also ich gehe davon aus, dass das Profil der Piratenwähler, ohne dass ich irgendwelche empirischen Daten zur Verfügung habe, aber das ist ein Bauchgefühl, dass die Piratenwähler vom Profil her mit Sicherheit am allernächsten den Grünen sind. Und deshalb ist es eine besondere Herausforderung für die Grünen, sozusagen darauf zu reagieren. Ja, dann entlasse ich euch beide wieder in den Chat. Vielleicht kommen ja noch Fragen. Darf ich Sie kurz fragen nach dem... Dankeschön. 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 Dankeschön.